Gehen wir raus, machen wir nicht fertig. Nein, lassen wir mal ein bisschen rausgehen. Wie gehen wir denn sprechen? Wie gehen wir denn raus? Gehen zu Patrice? Hat er euch angeguckt? Hat er gesagt, dass er die Kinder rummig weiß. Ich habe mir auch schon gesagt. Meine Kinder sind bei meiner Schwester. Wir haben gerade angerufen und überwunden. Wie gehen wir denn sprechen? Über was? Stimmt das aber nicht. Wenn er euch erzählt hat, dass er mich der erstwächste schlafen zusammenziehen will, dann weiß er das auch. Dann ist er jetzt alles nur noch scheißegal. Ich glaube, dass er das nur erzählt, um mich zu ärgern. Nach allem, was du mit dem Kerl rumgemacht hast. Das ist so gut, ich will gehen. Der Erke sagt, glaube ich, nicht, dass er es schafft, sich eine neue zu suchen. Ich glaube, dass ich das durchziehe. Also steckt ihr jetzt schön in der Scheiße und das mit ihm zu schaffen machen. Das ist so eine Art Strategie, die ich mir überlegt habe.